Hey Leute, toller Tutor! Wie immer geht's mit Sachen, die falsch gemacht werden? Und ich dachte heute, also wegen dem Cumshot, also weil viele glauben, der Cumshot, also wegen dem Shot, also dass das so heißt, weil das dann, weil wenn jemand ejakuliert, also weil das so schießt, aber das heißt, das heißt Cumshot wegen dem Kamerashot, also vom Film her. Und dann würde ich sagen, das war's und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von der Tutor!